Hallwil, auch Hallwil oder Hallweil, ist der Name eines Geschlechts des niederen Adels in der Schweiz, das jedoch später wegen seiner Dienste mit dem Titel eines Reichsgrafen im Rang erhöht und in den Hochadel erhoben wurde. Der Ursprung der Familie liegt im Seetal im heutigen Kanton Aargau. Der Stammsitz der Familie ist das Schloss Hallwil. Geschichte Die erste Erwähnung eines Mitglieds der Familie von Hallwil erfolgte im Jahr 1167 in einer Urkunde. War Eros de Allewilare aus dem Umfeld der Freiherren von Eschenbach und im Gefolge der Grafen von Lenzburg. Ungefähr zu dieser Zeit ließ er am Aargau und weit des nördlichen Endes des Hallwillersees einen Wohnturm errichten, aus dem sich später das Schloss Hallwil entwickelte. Die von Hallwil waren seit dem 13. Jahrhundert Ministerialen der Habsburger und standen ab 1415 im Dienst- und Bürgerrecht der Stadt Bern, in deren Patrizia sie aufgenommen wurden. Zum Herrschaftsbereich der Hallwiler gehörten das Hochgericht und das Niedergericht über den Burgbezirk, den Hallwillersee und Favangen sowie das Niedergericht über die Herrschaften Egliswil und Seenngen. Zeitweise besaßen sie auch Rechte in zahlreichen weiteren Dörfern des südlichen Aargaus. Beispielsweise von 1486 bis 1616 in der gesamten Herrschaft Rostburg mit der Zeit schmälerte jedoch die Stadt Bern ihren Einfluss immer mehr. 1625 ließ Hans Rudolf von Hallwil bei Seenngen das Schloss Prestenberg als Landsitz errichten. Nach der Proklamation der Helvetischen Republik im Jahr 1798 wurden die hallwilschen Gerichtsrechte und Regalien abgelöst und gingen an den neu gegründeten Kanton Aargau über. Der Hallwillersee blieb bis 1859 in Familienbesitz. Das Schweizer Adelsgeschlecht hatte nach dem Zusammenbruch der alten Herrschaftsordnung im Jahr 1798 dort zunehmend an Bedeutung verloren. 1874 kaufte die ins Geschlecht eingeheiratete, schwerreiche schwedische industriellen Tochter Wilhelmina Kempe das Schloss Hallwil von ihrem überschuldeten Schwager Hans von Hallwil. Die 1925 von Wilhelmina von Hallwil gegründete Hallwil-Stiftung schenkte 1994 die Kasekundenschloss dem Kanton Aargau. Zahlreiche Mitglieder des Geschlechts haben sich auf eidgenössischen und europäischen Schlachtfeldern an den europäischen Höfen in Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Finanzwelt profiliert. Von besonderer geschichtlicher Bedeutung sind die erfolgreichen militärische Engagements der Familie. Beispielsweise brachte die gewonnene Schlacht von Murten gegen Karl den Kühnen der Familie Anerkennung in Gesellschaft und Politik. Die Nachkommen der Familie leben unter anderem in Schweden. In der Schweiz und in Deutschland, in Schweden und Deutschland gehören sie dem Grafenstand an. In Stockholm befindet sich das Stadtpalais der Wilhelmina von Hallwil, das 1865 nach ihrer Heirat mit dem Grafen Walter von Hallwil, nach dessen Familie Hallwilska-Pala-Z benannt wurde, bedeutende Familienangehörige. Manne Gold, edler von Hallwil, ab dem Kloster St. Blasien. Thüring I. von Hallwil, gefallen in der Schlacht bei Sempach. Hans von Hallwil, führte die Schlacht bei Murten. Johann Rudolf von Hallwil, Dompropst in Basel. Johann Georg von Hallwil, Fürstbischof von Konstanz. Franziska Romana von Hallwil, Freundin Pestalozisch, Revolutionärin. Hans Theodor von Hallwil, Aargauer Regierungsrat. Wilhelmina von Hallwil, schwedische Gräfin. Ellen Roswell von Hallwil, schwedische Gräfin, Künstlerin, Malerin und Bildhauerin. Archive Familienarchiv von Hallwil